Aber meine Frau war so fröhlich den ganzen Tag über und als wir dann früh ins Bett gingen, da wusste ich, das muss gut werden. Irgendwann, da fängt sie an zu weinen. Ich musste gar nicht mehr fragen, was los ist. Ich spürte daran, wie es wieder nass wurde, da hier unten rum. Was war's dann? Der ganze Hass, der litt vor 100 Jahren aus dem Haus. Dann war's auch ganz egal. Der erste Leibes lehnt sich auf und dann platzt es ihn. Der ganze Hass, der ganze Hass, der ganze Hass, der ganze Hass und der erste Leibes lehnt sich auf und dann platzt es ihn. Der ganze Hass, der ganze Hass war's Säbeото, und des Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020